Sicherheit ist die oberste Priorität in der Rheinland-Logistik. Es ist ein angenehmes Klima. Alles, was das Herz begehrt hier. Die Rheinland-Logistik ist ein sehr großes Unternehmen, gut organisiertes Unternehmen. Wir bei der Rheinland-Logistik wollen ein bisschen rebellisch sein, auf alle Fälle anders als der Mainstream und unkonventionelle Ideen fördern. Sicherheit ist die oberste Priorität. Die Grundlagen zur Sicherheit legen wir mit der super Technik, die wir haben, die ausgenutzt werden soll. Und ich denke mir, die Voraussetzungen, um safety first zu leben, die setzen wir. Also ich habe mich für die Rheinland-Logistik entschieden aus mehreren Gründen. Der erste Grund ist, dass wir eine vernünftige Fahrzeugflotte haben. Neue LKWs, immer gute Technik, auch im Büro. Wir können vernünftig sitzen auf vernünftigen Stühlen. Man sitzt ja nun doch acht Stunden auf seinem Arbeitsplatz. Mit der modernsten Technik ausgerüstet, also dass man sich auch wirklich wohl fühlt in dem Auto. Und sämtliche Hilfsmittel, die man braucht, die sind einfach, die sind da. Die Rheinland-Logistik war eine der ersten Logistikfirmen oder sogar die erste Logistikfirma, die Flottenwald Telematik eingesetzt hat, um die Kommunikation mit den LKW-Fahrern zu modernisieren. Es wird jedem Einzelnen sehr viel zugetraut. Jeder Mitarbeiter übernimmt bei uns Verantwortung und das macht einfach Spaß. Der Vertrieb versucht bei uns, gemeinschaftlich mit den Kunden als auch mit unseren operativen Bereichen, die bestmögliche und nachhaltigste Transportlösung zu finden. Wir versuchen natürlich immer auf alles zuzugehen und zuzuhören vor allen Dingen und dann auch die Sachen umzusetzen. Gute Ideen sind immer herzlich willkommen, damit wir daran arbeiten können und stetig weiter wachsen können. Wir haben hier eine sehr flache Hierarchie in unserem Unternehmen. Dadurch wird es erleichtert, Lösungen schneller zu finden, mit allen Geschäftsbereichen zusammenzuarbeiten und einfach Ziele zu erarbeiten und diese auch umzusetzen. Also ich finde die Atmosphäre über der Rheinland-Logistik sehr familiär, freundlich. Man arbeitet zusammen, es passt halt so alles, wie es sein soll und es ist gut so.